Widme den Modalverben Teil 2 Können, dürfen und müssen Können zeigt, dass etwas möglich ist. Claudia hat ein Auto. Claudia kann mit dem Auto zur Arbeit fahren. Die Formen von Können sind Ich kann, du kannst, er, sie, es kann, wir können, ihr könnt, sie können. Können zeigt auch, dass ich etwas gelernt habe. Claudia hat einen Führerschein. Claudia kann Auto fahren. Claudias Auto ist kaputt. Claudia kann nicht mit dem Auto fahren. Claudia fährt heute mit dem Fahrrad. Hier darf Claudia mit dem Fahrrad fahren. Dürfen zeigt, dass etwas erlaubt oder legal ist. Die Formen von Dürfen sind Ich darf, du darfst, er, sie, es darf, wir dürfen, ihr dürft, sie dürfen. Hier darf Claudia nicht mit dem Fahrrad fahren. Nicht dürfen zeigt, dass etwas verboten ist. Müssen zeigt, dass etwas obligatorisch ist. An der roten Ampel muss Claudia stoppen. Die Formen von Müssen sind Ich muss, du musst, er, sie, es muss, wir müssen, ihr müsst, sie müssen. Weiter geht es mit Teil 3 Wollen, sollen, mögen, möchten Wenn Ihnen das Video gefallen hat, lassen Sie mir einen kleinen Kommentar da. Mehr Videos finden Sie unter Grammatik mit Norbert. Liebe Grüße, euer Norbert Wir sehen uns in die nitrogen und Apparently verabschieden. Untertitelung des ZDF, 2020